Herzlich willkommen bei den Immobilienverwaltungen Burgwall und Gerresheim. Falls Sie bezüglich der Anmietung einer Wohnung, einer Gewerbeeinheit oder eines Stellplatzes anrufen, wählen Sie bitte die 1. Sind Sie bereits Mieter in einem Objekt der Immobilienverwaltung Burgwall, dann wählen Sie die 2. Rufen Sie wegen einer Mahnung an oder sind im Zahlungsverzug mit Ihrer Miete, dann wählen Sie die 3. Bei Notfällen helfen Ihnen unsere Hausmeister vor Ort gerne weiter. Die Telefonnummern finden Sie als Aushänge in allen Hausfluren. Sie können uns gerne eine E-Mail an die info at iv-gerresheim.de schreiben oder auf unserer Homepage www.iv-gerresheim.de eine Mitteilung schicken. Um diese Ansage erneut zu hören, drücken Sie die 0. Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen vom ersten Ton an überzeugen. Qualität, die man hört. Mit Telefonansagen vom Medi-Musikstudio.